willkommen auf meinem kanal streampunk und auch willkommen zu einer neuen ausgabe der blitz news wie immer mein hinweis zu beginn bitte abonniere meinen kanal falls es noch nicht getan hast und aktiviert bitte auch die obere glocke damit du in zukunft rechtzeitig informiert wirst wenn es die neuesten blitz news gibt ja wir müssen noch mal ganz kurz zurück zur causa habeck es ist ja interessant hat er installiert also da sein kumpel der wiederum seine ganze familie mitbringt das geht in die luft zwei drei wochen lang nur alarm alarm dann wird greichen wieder entfernt der minister tritt vor die presse und erklärt also was hier schief gelaufen ist vergisst aber nicht verspürungstheorien zu verteilen und da schauen wir uns auch einmal ganz kurz an was er hier zu sagen hat ich möchte hier ausdrücklich sagen dass patrick reichen in den letzten wochen über das berechtigte maß an kritik und aufklärung so angefeindet wurde von mitunter rechtsextremen accounts lügen über die familie verbreitet und von pro russischen accounts weiter gepusht worden ist unerträglich das macht mir große sorgen ich weiß es ist nicht das erste und es wird sicherlich nicht das letzte mal sein aber so können und so dürfen politische debatten nicht ausarten tja ist diese kritik von ihm berechtigt er spricht ja hier von politischen debatten die nicht ausarten dürfen wollen wir uns mal ganz kurz erinnern was er gesagt hat also dann gehst du da hin und dann kriegst du das ding in den arm und dann ist auch gut hier die leute sollen nicht so faul sein und mal ihren arsch hochkriegen ich glaube das ist ja fast der berühmteste spruch von ihm in der gesundheitskrise also er hat da sozusagen ja ja also es ist der beginn eines angriffs auf die eigene bevölkerung wie ich das hier so in der nachschau sehe und jetzt wundert er sich dass die leute hassig sind beziehungsweise er spricht hier von accounts also von content also telegram konten instagram konten hast du nicht gesehen twitter konten die können aber auch von bots betrieben werden und ich meine unsere regierung beschäftigt eine verdammte werbeagentur nach der anderen die dasselbe machen zum thema artal missy motown die wiederum jemanden beauftragt hat ja der hier in die mails in den mainstream medien gegen die ersthelfer schimpft wir haben eine eine die behandlungskampagne die allererste ja hat unseren staat uns steuergelder 300 millionen euro gekostet also hier während das geht alles an werbeagenturen an politikberater und er beschwert sich hier dass wir uns beschweren und toll ist auch hier schreibt der das konto pays der twitter twitter das twitter konto pays schreibt unerträglich ist eigentlich nur dass herr habeck meint das berechtigte maß an kritik festlegen zu können statt demut wird belehrt statt schuldbewusstsein gibt es verschwörungstheorien tja das ist absolut heftig wie ich finde sein auftritt hier wieder und das lesen wir hier also auf osteuropäischen nachrichtenportalen unser neuer verteidigungsminister hat sich auch geäußert was ich merkwürdig finde und der sagt hier sehr schade pistorius bezeichnet habecks zukunft als offen aha boris pistorius stärkt seinem kabinetts kollegen robert habeck den rücken zumindest vordergründig es sei schade dass sich der grüne in einer schwierigen phase befindet pistorius erklärt aber auch dass niemand wisse was das stein umdrehen noch ergebe ok er hat hier also ein interview gegeben in der ard talkshow maischberger und pistorius ist halt spd mitglied und das sagt er hier ich weiß ja nicht ob es noch etwas gibt ich gehe davon aus dass es nichts mehr gibt auch eine merkwürdige sprache aber wissen tue ich das eben nicht deswegen sage ich ja der weitere spielverlauf entscheidet am ende über die bewertung war das jetzt ein befreiungsschlag oder ein eigentor es sei offen wie es bei habeck weiter gehe das hängt jetzt an vielen faktoren die niemand mehr beeinflussen kann niemand weiß was das stein umdrehen noch bringt das sind situationen in denen so ein haus ein eigenleben sehr schnell entwickeln kann also er meint damit das ministerium und der ein oder andere fühlt sich vielleicht bemüßigt oder ermuntert das ein oder andere durchzustechen also das heißt nur den einen oder anderen hier mit reinzubringen ja das ist eine schwierige phase für robert habeck das ist wirklich sehr schade das kennt er aber aus ja aus politischer erfahrung wenn die cdu am drücker ist ja dann machen die ist doch genauso ja also keine unterstützung hier von den kollegen und jetzt möge man denken wir denken oh mein gott das kann nicht wahr sein der stellt sich hin und fängt jetzt hier schon wieder an mit dem finger auf andere zu zeigen also hier steht ja eben auch statt demut wird belehrt statt schuldbewusstsein gibt es verschwörungstheorien so und jetzt haltet euch fest was auf rügen mit dem lng terminal da ist ein geplantes da ist ein lng terminal also flüssig gas terminal ist dort geplant soweit ich das richtig in erinnerung habe ist das vor allen dingen fracking gas bitte schreibt mir in die kommentare wenn ich da falsch liege so und was weht unserem wirtschaftsminister jetzt hier entgegen rügen weht ihm entgegen und zwar die rügenianer wehen ihm entgegen selbstbewusste deutsche bürger wehen ihm entgegen und jetzt pass auf rügen schockt habeck mit bürgerentscheid bürgerentscheid ist im übrigen ein thema was ich hier in zukunft auch mal aufgreifen werde weil wir oft behandeln und sagen was können wir denn eigentlich mal machen bürgerentscheid hochinteressante sache die tourismus insel rüstet sich für den weiteren kampf gegen das geplante lng terminal oder lng eine angekündigte aktion ließ sogar dem bundeswirtschaftsminister die gesichtszüge entgleiten zweimal war robert haweck in den vergangenen vier wochen auf die insel rügen geeilt um den dortigen widerstand gegen das lng terminal persönlich zu spüren und zu fühlen für die bürger aber lieben die stippvisiten aus berlin komplett substanzlos wie karsten schneider parteiloser bürgermeister des ostseebades binz im gespräch mit dem nordkurier ernüchternd festgestellt hat bürgerentscheid soll demokratie reparieren und der bürgermeister sagt sollten diese gespräche künftig nicht fairer organisiert werden und wir uns nicht auf augenhöhe begegnen werden wir an solchen runden nicht mehr teilnehmen sprach aus den worten schneiders eine große portion frust das format sei einseitig zugunsten der argumente von land und bundesregierung so etwas sei für die gemeinde künftig irrelevant kündigte schneider an der absolute hammer also ein bürgermeister der auf die der sich auf die hinterbeine stellt absolut klasse stattdessen wollen die binzer und auch andere kommunen rügens anderweitig aktiv werden und dann sagt er wir streben zur kommunalwahl 2024 hinsichtlich des geplanten lng terminals einen bürgerentscheid an die demokratie hat hier in den vergangenen wochen viel gelitten was für ein wunderschöner satz die demokratie hat in den vergangenen jahren hier in deutschland viel gelitten das wollen wir mit einem bürgerentscheid reparieren auch ein toller satz ein absolut toller satz bürgerentscheide reparieren die demokratie ja das muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen habe ich habe ja versprochen nichts über die köpfe der bürger hinweg zu entscheiden demokratischer als mit einem bürgerentscheid könne man das thema wohl kaum entscheiden betont den schneider ja super also völlig logisch kurze denkwege kurze logik alles klar der bitzer bürgermeister habe nach eigenen worten den geplanten bürgerentscheid bereits dem habeck besuch vergangenen freitag in kleiner runde unter ausschuss der öffentlichkeit angekündigt da sind habeck anschließend die gesichtszüge entglitten erinnert sich schneider ja damit nicht genug des widerstandes der rüganer alles klar rüganer nennen die sich bereits vor wenigen tagen hatte das ostseebad binz angekündigt gegen die entscheidung der bundesregierung das geplante lng terminal im hafen von binz zu installieren zu klagen wir sind kampfbereit sagt der bürgermeister unsere proteste werden nicht ernahmen ich bin demokrat und vertrete den willen der bürger ja das ist alles auch ganz einfach alle anderen figuren in berlin vertreten nur den willen und das portmonee der lobbyisten der bürgermeister unterstrich dass die aktuelle situation noch keinen einfluss auf die buchungszahlen für die anstehende sommersaison habe noch ist nichts zu sehen die urlauber kommen gut so geht schneider zumindest hinsichtlich des tourismus optimistisch in die nächsten wochen ob dann im sommer 2024 durch lng tanker das urlaubsambiente auf rügen zerstört sein wird muss allerdings abgewartet werden tja meine lieben also ein riesen respekt einen schönen gruß von uns allen hier auf meinem kanal nach rügen besonders an den bürgermeister er ist demokrat und vertritt den willen seiner wähler ja die demokratie ist hier in den vergangenen wochen ich erweitere das mal auf monate und jahre zu schaden gekommen und dieser bürger entscheid soll die demokratie wieder reparieren leute es ist an uns diese demokratie wieder zu reparieren was ich interessant finde ist dass mittlerweile unsere politik mit nichts mehr durchkommt dass nichts mehr geglaubt wird wir haben diese entführung mittlerweile behandelt das liest sich wie ein märchen die patriot geschichte kinzhal trifft patriot patriot ist nicht zerstört und kann repariert werden das sind alles lügen märchen die wir hier sofort riechen ja diese ganze gender nummer die liefen viertel jahr dann hat der swr und wdr offiziell bekannt gegeben dass das gendern auf den in dem in den fernsehen in den nicht mehr durchkommen weil die leute das nicht hören wollen also es wird alles eingestampft was diese figuren sich einfallen lassen ja und das ist gut so ja und deswegen begreife ich auch nicht dass viele immer sagen ja die da die sind mehr wenn die mehr wären dann würden wir gar nicht gar nicht gar nicht gegen ankommen und ich bin der meinung wir sind also locker 80 prozent freidenker und 20 prozent hardliner also kultisten narrativ kultisten nur die bei den 80 prozent die sind nicht alle so laut von den 80 prozent sind 30 prozent laut und das sind wir ja liebe leute was habt ihr zu diesem thema zu sagen habt ihr zusätzliche informationen zu diesem thema was sagt ihr dazu dass die rüganer sich das einfach nicht gefallen lassen ja toll einfach toll ich großen applaus und riesen respekt nach rügen bei euch bedanke ich mich für eure aufmerksamkeit ich bin schon wieder am ende meines kleinen vortrages noch einmal meine bitte falls ihr es noch nicht getan habt aktiviert die obere glocke damit ihr in zukunft nichts wichtiges mehr verpasst denn was die zukunft bringen wird das weiß keiner so genau eins weiß ich allerdings sicher wir wir sehen uns auf diesem kanal auf alle fälle wieder blitz blüß